Schauen Sie, ich melde mich bei Ihnen aus dem Unternehmen Financial Guide. Sie haben sich ja gerade für das Trading angemeldet. Richtig, richtig. Genau, ich bin hier um Ihnen zu helfen, das Konto zu aktivieren, damit Sie damit auch starten können. Klasse, klasse. Ich habe nämlich nicht verstanden, wie das funktioniert. So, also richtig. Okay. Gut, also ich werde Ihnen das auch gerne erklären. Aber als erstes müssen wir mal überprüfen, ob rechtlich irgendetwas im Wege steht, dass Sie das nicht dürfen. Ob was? Ich habe es nicht verstanden. Das ist eine Routine. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen, um festzustellen, ob alles in Ordnung ist, ob Sie auch traden dürfen. Ja, ist gut, ist gut. Als erstes sagen Sie mir bitte, wie alt sind Sie denn? Ich bin 29. 29, in Ordnung. Also minderjährig sind Sie nicht. Nein, bin ich nicht mehr. Was machen Sie denn vom Beruf? Was mache ich? Okay. Von Beruf? Was machen Sie beruflich? Ich bin Bauarbeiter. Bauarbeiter, okay. Okay. Sie müssen wissen, dass man ein monatliches Einkommen haben muss, im Betrag von ca. 1700 Euro pro Monat, damit man auf die Online-Börse treten darf. Muss man jeden Monat so viel Geld geben? Haben Sie noch einen Verdienst pro Monat? Nein, 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 nein. Sie müssen nur in der Lage sein, so viel pro Monat zu verdienen. Ach so, ja, ist kein Problem, ist kein Problem. Okay, gut. Dann sagen Sie mir, haben Sie etwas mit der Politik zu tun? Sind Sie vielleicht in irgendeiner Partei aktiv oder sonstiges? Nein, mache ich nicht. Sind Sie nicht? Nein, Mann. Okay. Und dann sagen Sie mir noch eine Sache. Haben Sie einen Laptop oder einen Computer zu Hause? Ja, ich habe Computer. Dann steht Ihnen nichts im Weg, dann dürfen Sie das auch machen. Vom rechtlichen Aspekt steht gar nichts im Weg. So ist gut. Sagen Sie mir bitte, sind Sie momentan am Smartphone oder sitzen Sie am PC? Ich bin am Handy. Handy, okay. Sie bekommen jetzt gleich von mir drei neue E-Mails. Eins dieser E-Mails hat Ihre Login-Daten in sich für das Handelskonto, okay? Ja. Sagen Sie mir bitte gleich Bescheid, wenn Sie diese drei E-Mails erhalten haben und dann helfe ich Ihnen, dass wir das dann in den nächsten zehn Minuten aktivieren. Ich mache mal Computer an, weil Handy ist arschlangsam heute. Ist alles kaputt. Okay, kein Problem. Dann machen Sie mal Ihren Computer an und ich warte so lange. Dann kann ich ja mal fragen, wie funktioniert das? Also ich zahle da Geld und dann, wie wird das mehr? Das habe ich nicht verstanden. Okay, also schauen Sie. Sie machen sich jetzt zuerst mal das Konto auf. Richtig, richtig. Das Handelskonto für das Trading im Brokerhaus. Dabei helfe ich Ihnen. Wenn Sie die Einzahlung getätigt haben, dann werden wir Ihr Handelskonto aktivieren. Sie bekommen einen Fachexperten. Insha Allah. Der Fachexperte wird sich dann bei Ihnen morgen melden. Der wird Sie dann anrufen. Heute nicht mehr? Er wird Ihnen helfen, das Programm herunterzulassen. Heute nicht mehr, leider nicht, nein. Oh. Also morgen kann er Sie anrufen. Ab elf sind Sie da. Sie arbeiten von elf bis neunzehn Uhr. Nee, bin ich arbeiten, bin ich arbeiten. Von elf bis neunzehn Uhr sind Sie arbeiten. Ist Montage, Montage. Auf Montage? Ja. Okay. Gut, dann können wir das auch so machen, dass wir Ihnen provisorisch einen Termin buchen. Und dann können Sie den Termin mit Ihrem Fachexperten auch nochmal verschieben, wann es Ihnen am besten passt. Ist gut, weil die Woche bin ich noch Montage. Vielleicht mache ich eine Ausnahme. Okay, gut. Dann werden wir das auch so machen, wenn Sie an Ihrem PC sind und bereit sind, dass Sie dann Ihren Fachexperten dann sprechen können. Okay? Ja, weil früher kann ich nicht. Es ist ja notwendig, der Experte muss Ihnen erklären, wie das ganze System funktioniert. Weil nächste Woche, der Tourist, denn die dürfen ja wieder zur Nordsee fahren und wir müssen so Checkpoint bauen, wo die Polizei die kontrolliert. Aha, ich verstehe, okay. Gut, also wenn Sie in dem Zeitraum beschäftigt sind, dann ist es in Ordnung. Dann werden wir Ihnen das buchen, wenn Sie Zeit haben, ne? Ja. Dann machen Sie einfach einen Termin für dann, wenn Sie damit fertig sind. Alles gut. Überhaupt kein Problem. Ist gut, ist kein Problem, dann ist gut. Ich habe E-Mail gekriegt. Hallo Abu Ramzan, Ihr neue Europe Live FX Live Konto wurde erstellt. Oh, okay. Haben Sie noch zwei E-Mails? Ja, habe ich. Von Europe FX? Ja, habe ich. Gut. Steht da einmal Willkommen bei Europe FX. Ja. Diese bitte einmal öffnen. Ja. Und was soll ich? In dieser E-Mail sehen Sie Ihre, hören Sie mir mal zu. Ja, ich schaue. Also ich. Gut. Ihre E-Mail-Adresse ist Ihr Nutzername. Ja. Unter Ihrem Nutzernamen sehen Sie Passwort stehen. Das Passwort schreiben Sie sich auf, auf ein Blatt Papier. Und dabei achten Sie auf große und kleine Buchstaben, okay? Ich kopiere den, ich kopiere den. Erstmal aufschreiben. Okay. In Ordnung. Und dann, als nächstes, drücken Sie auf den Zugangslink. Auf was? Zugangslink, der ist unter dem Passwort. Sehen Sie das? Zugangslink. Ja, ja, habe ich gefunden. Einmal anklicken. Ja. Und der führt Sie dann direkt zur Seite, wo Ihre Kontonummer fürs Trading ausgestellt wird. Dann sehen Sie gleich bei Ihrem Konto anmelden. Ah, warte. Da ist das. Auch den Moment, ne? Genau. Ja. Vielleicht sehen Sie ein Bild von München und links sehen Sie zwei Spalten. Also eine für die E-Mail-Adresse und eine für das Passwort. Da ist kein Bild von Mädchen. Da ist kein Bild von Mädchen. In München. Ach so. Bild von München. Habe ich Mädchen verstanden. Also in Ordnung. Das Telefon ist tückisch. Ist so. Okay. Ist das München? Ja, das ist München. Rufst du an aus München? Nein. Nicht, wo denn? Financial Guide ist ein Berliner Unternehmen. Berlin? Da war schon ein schönes Bild. Ach so, einfach schönes Bild dann genommen. Genau. Kann man auch machen. Fach repräsentativ, weil... Ja, natürlich. Haha, gut, gut. Weiß ich nicht. Nimmt man doch eigentlich, wo man wirklich wohnt? Schauen Sie, also in unserer Firma arbeiten viele Leute aus vielen Ecken Deutschlands. Also wir können jetzt auch nicht 15 Bilder darauf machen. Haha, warum nicht? Ja. Ja, warum nicht? Wäre blöd. War ja nur Spaß. War ja nur Spaß. Ja, ich weiß. In Ordnung. Also, haben Sie sich angemeldet? Ja, hat funktioniert. Okay, und was sind Sie jetzt vorsichtig? Da steht fortfahren. Ich weiß noch nicht, wohin. In Ordnung, dann drücken Sie einmal auf fortfahren. Ja. Einmal draufdrücken. Dann sehen Sie persönliche Angaben. Ja. So. Da geben Sie bitte nochmal Ihren Vornamen, Ihren Nachnamen ein, Personalausweisnummer, Geburtsdatum und Adresse. Ja. Wenn Sie fertig sind, sagen Sie mir Bescheid. Ich hasse bei Computer zu schreiben. Das ist leider ein notwendiges Muss. Brauche ich jetzt meine Reisepassnummer? Das weiß ich nicht. Also, die Reisepassnummer, wenn Sie den Reisepass jetzt nicht dabei haben, dann einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6 eingeben und dann werden Sie das E-Mail nochmal nachträglich einreichen. Ich kann ein Foto schicken? Genau. Ja, ist kein Problem. Compliance meldet sich nochmal dafür. Wer meldet sich? Die Abteilung, die für die Identitätsprüfung zuständig ist. Ach so. Und bei Führerschein habe ich nicht. Genau. Wir schreiben Ihnen eine E-Mail. Ich habe Baggerschein. Dürfen brauchen Sie auch nicht. Ich habe Baggerschein. Super. Also, das brauchen Sie nicht eintragen. Als nächstes haben Sie dann Tag, Monat und Jahr für Geburtsdatum. Ich will das mal auswählen. Ja, schreibe ich rein. Und dann Adresse drunter schreiben. Genau so ist es. Sie sehen da zuerst DE stehen für Deutschland. Kann ich weiterhin vorfügen. DE überspringen Sie einfach. Unter Adresse schreiben Sie die Straße. Dann sehen Sie ein separates Feld für die Hausnummer. Dann Stadt und dann Postrechzahl. Also alles separat. Ja. Sie alles eingetragen haben. Ich warte gerade. Ich gucke. Und dann unten anklicken, ja? Genau. Das ist gut. Das nächste ist dann einmal auf Aktualisieren. Ja. Das ist gut. Das nächste sehen Sie dann den Fragebogen. Da steht Fragebogen. Genau. Der Fragebogen wurde gesetzlich vorgeschrieben. Als erstes sehen Sie die Frage Konto Währung. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Das müssen wir wegen dem Gesetz, müssen wir das nochmal durchgehen. Ach so, für die Merkel? Ja, die Merkel interessiert das ja nicht, ne? Also die Merkel ist ja auch nicht der direkte Gesetzgeber. Folgendes. Unter Konto Währung wählen Sie Euro als zukünftige Währung Ihres Handelskontos aus. Und dann sehen Sie Hebel und der Hebel einmal auf 1 zu 30 draufklicken. Was ist das? Der Hebel ist eine Art des Rabatts. Das heißt, dass Ihre Kaufkraft virtuell vergrößert werden kann. Wenn Sie die Möglichkeit haben, hochwertigere Trades und somit auch potenziellen Gewinn im höheren Bereich der Wirtschaft. Aber was ist das mit Marokko zu tun? Marokko? Rabat, Hauptstadt von Marokko. Hauptstadt von Marokko. Hebel steht da. Aber Rabat, Rabat ist die Hauptstadt von Marokko. Rabat. Das verarschen kann ich mich selber. Warum? Guckst du bei Google? Rabat ist Hauptstadt von Marokko. Glaubst du mir nicht? Haben Sie überhaupt eine Idee? Nein. Haben Sie überhaupt eine Idee? Davon. Was Seriosität ist? Weil was ist? Seriosität. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Okay. Welche Späße und Scherze, die Sie jetzt veranstalten gerade, mag ich nicht gerne. Das ist kein Spaß. Guckst du Wikipedia? Rabat ist die Hauptstadt von Marokko. Ich schwöre auf Allah. Okay. In Ordnung. Wusste ich nicht, das kann mal keinen Spaß machen. Schauen Sie, ich hatte echt einen langen Tag. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie unfreundlich daherkommen. Aber es gibt Leute, die nicht so fröhlich sind wie Sie. Und die einfach so denken, dass sie was verarschen können. Und ich habe viele, viele Leute gehabt, die so drauf waren. Und deswegen wollte ich das einfach nicht zulassen. Nicht. Dass Sie jetzt denken, dass ich zu Ihnen unfreundlich sein wollte. Ich konnte Sie nur nicht ernst nehmen, in dem Moment. Ein bisschen Spaß ist doch gut, oder nicht? Nimmst du mir das nicht übel? Ich verteidige nur meine Würde. Ich will mich nicht streiten. Okay. Ich entschuldige mich, dass ich Sie falsch verstanden habe. Vielmals. Ist gut, ist gut. Ich hoffe, Sie können mir verzeihen. Ja, ich kann verzeihen. Keine Absicht. Dann gehen vielmals. Das hat nichts mit Marokko zu tun. Der Hebel ist einfach nur die Möglichkeit, dass Ihre Kaufkraft größert wird. Das ist eine Art Rabatt, das Ihnen das Brokerhaus gibt. Mit dem Sie die Möglichkeit haben, Trades zu öffnen, die mehr wert sind. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel... Bitte nicht wütend werden, aber was ist Brokerhaus? Was ist Brokerhaus? Ich habe das nicht verstanden. Das Brokerhaus. Was ist das? EuropeFX. Ach, die Firma. Das ist die Firma, wo Sie das Handelskonto aufmachen. Über das Brokerhaus haben Sie dann das Konto. Und auf dieses Konto werden Sie dann auch später die Überweisung tätigen. Und mit diesem Konto können Sie handeln. Also wenn Sie das Programm haben mit Ihrem Fachexperten, werden Sie das ja installieren. Wenn Sie das Programm anschalten, dann können Sie von Ihrem Guthaben, von Ihrem Handelskonto das Geld nehmen und damit traden. Wenn Sie zum Beispiel potenziellen Gewinne wirtschaften, werden diese potenziellen Gewinne auf Ihr Handelskonto auch gut geschrieben. Das geht also nicht direkt auf Ihr Bankkonto, sondern es ist auf Ihrem Handelskonto. Bis Sie das Geld auf Ihr Bankkonto beantragen. Das ist wie das bei Edeka dieses Punkte sammeln. Nein. Nicht. Nein. Schauen Sie, ich glaube nicht, dass Sie sich hundertprozentig im Klaren sind, was Online-Trading ist. Nee, ich bin ja neu. Ja, es ist in Ordnung, dass Sie neu sind. Aber dass Sie überhaupt keine Ahnung davon haben, wie das Ganze aussieht, das ist mir auch ein wenig... Ja, aber wenn ich dich jetzt bei meinen Baustellen stehe, du weißt auch nicht, wie man Bagger fährt, oder? Also, zuerst möchte ich Sie bitten, dass Sie mich nicht duzen, weil ich duze Sie auch nicht. Alles gut, alles gut. Natürlich kann ich keinen Bagger fahren. Natürlich alles kann man lernen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es handelt sich hier um ein System, das man zum Handel auf der Online-Börse nutzt. Börse, ja. Wissen Sie, was die Börse ist, was Ihnen die Börse überhaupt für Möglichkeiten gibt? Das ist bei Frankfurt am Main, da haben wir auch schon Montage gehabt. Also, dann wissen Sie... Okay. Frankfurt am Börse, in Ordnung, das kennen Sie. Richtig. Aber das hier ist ein Finanzgeschäft. Nee, ich sage Ihnen ja auch nicht, dass Sie doof sind. Nein, nein, habe ich auch nicht so verstanden. Alles gut. Nee, das bin ich nicht. Da habe ich auch kein Problem, den zuzugeben. Das ist auch in Ordnung. Also, ich versuche, ich gebe echt mein Bestes, Ihnen das so nah wie möglich zu bringen. Schauen Sie, das Online-Trading ist jetzt nicht auch kein Pipifax, ne? Also, das ist eine ernste Sache. Und es ist sehr wichtig, dass Sie verstehen, was Sie machen. Ja. Ansonsten darf ich Sie nicht weiterlassen. Verstehen Sie das? Verstehe ich. Aus öffentlich-rechtlichen Gründen. Das heißt, Sie müssen sich zuerst darüber im Klaren sein, dass Sie als erstes ein Programm nutzen werden, das man nutzt, um mit Preisdifferenzen von verschiedenen Sachen zu handeln. Aha. Also, das ist ein Programm, das man im Trading nutzt. Sie werden sich auswählen... Ist das für Smartphone oder für Computer? Das kriegt man fürs Computer und zusätzlich auch für das Smartphone. Ach so, gut, gut. Weil ich habe beides. Ich habe beides. Ist in Ordnung. Also, der Fachexperte, der zuständig ist, Ihnen alles zu erklären, der wird Ihnen auch alles zeigen. Ist gut. Das Ganze funktioniert, wie das Ganze aussieht. Die Signale vom Markt, die Sie kriegen, können Sie ja auch zu Ihrem Gunsten ausnutzen, damit Sie so mehr wie möglich auch potenziellen Gewinn erwirtschaften können. Weil im Interesse der Firma ist es auch, dass Sie zufrieden sind. Richtig. Werden Sie auch lange Kunde sein. Das sagt meine Chef auch immer zu den Bauherren. Genau so ist es. Also, im Interesse jeder seriösen Firma ist es, wenn ein Kunde kommt, dass der Kunde auch bleibt. Dass der Kunde zufrieden ist. Und so lange wie möglich Kunde bleibt. Das sagt der Chef, der sagt immer ziellich immer, dass der Kunde wiederkommt, nicht dass die Ware wiederkommt. Das sagt er jeden Morgen bei Betriebsprechungen. Genau so ist es. Wie wo andere anfangen zu beten, sagt er jeden Morgen in seinem Spruch. Und wenn einer was falsch macht, dann muss er es wiederholen. Damit hat er auch vollkommen recht. Dann muss er das vor allem wiederholen, wenn einer was falsch macht. Ist ein bisschen peinlich, aber es ist richtig. Man muss das immer im Kopf haben. Naja, es ist vollkommen richtig. Erst dann, wenn der Kunde zufrieden ist, dann kann auch die Firma lange leben. Richtig, richtig. Weil sonst die bei Google schreiben, die bauen nicht gut oder alles kaputt und das ist nicht gut. Natürlich ist das nicht gut. Deswegen ist es ja auch in ihrem Interesse. Und deswegen bekommen sie auch fachliche Unterstützung durch diesen Fachexperten. Sie können das System austesten mit einem Demokonto, um zu sehen, ob das überhaupt etwas für sie ist. Also viele Leute interessieren sich auch dafür und sagen dann, nee, ich glaube, das ist nichts für mich. Und dann sagen wir, okay, lassen sie sich halt wieder zurück auszahlen lassen und schließen das Konto einfach. Es gibt viele, viele gute Sachen, die ein lizenziertes Unternehmen bieten kann. Was denn? Jetzt zum Wesentlichen. Also wie schon gesagt, ja, mein lizenziertes Unternehmen hinter sich, BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, ist ja zuständig, ein waches Auge auf jedes Finanzunternehmen in Deutschland zu haben. Selbst die Sparkasse, Volksbank, die DKB und alle weiteren Unternehmen. Die, was sie mit Finanzen zu tun haben, müssen bei der BaFin gelistet sein. Ja. Ich verstehe schon, was sie meinen. Aber es ist auch eine erfolgreiche Bank. Und eine Bank, die seit Jahrzehnten arbeitet. Und die muss auch bei der BaFin gelistet sein. BaFin ist die Abkürzung für die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Ich kenne nur die von Zoll. Die kommen immer auf die Baustelle und gucken, ob das auch alles Deutschen sind, was da arbeitet. Echt? Ja, die so Schwarzarbeit-Kontroll und gucken, ob die Passport- oder Arbeitsaufnis haben. Arbeitsamt. Okay. Also, gut. Auf jeden Fall verstehen sie all das, was ich ihnen jetzt erklärt habe. Ich habe das verstanden. Ja, die Kontrollier ist wie so, wie bei uns ist ja Berufsgenossenschaft, was guckt, ob alles gut ist bei der Baustelle. Und die gucken, was die Bank macht. Richtig? Genau so ist es. Genau so ist es. Richtig. Deswegen sage ich ja auch, es gibt ja viele Unternehmen, die nicht eine Lizenz besitzen, die die Leute einfach so abzocken. Wirklich? Das ist nicht so. Die rechtlichen Dokumente sind auch hinterlegt für sie. Ja, natürlich. Die werden ihre Strafe bekommen. Wollen wir es mal hoffen. Die Leute haben schon gegen dich geklagt. Wollen wir mal schauen. Ich hoffe für die Leute auch nur das Beste. Auf jeden Fall müssen wir zurück zum Wesentlichen kehren. Im Hebel habe ich ihnen ja erklärt. Aha. Hoffentlich gut. Aha, ja, sehr gut. Ich habe das verstanden. Ich habe kein Abitur, aber ich habe das verstanden. Ich habe Straßenabitur. Okay. Wenn Sie den Hebel angeklickt haben, das 1 zu 30, bitte unten rechts einmal auf nächste Seite. Ach ja, bei der Seite waren wir ja. Nächste Seite. Arbeitsverhältnis. Das ist Angestellter, ne? Genau. Ja. Können Sie auch mal anklicken. Ha? Bitte? Name des Arbeitgebers, einfach die Firma, für die Sie arbeiten. Ganze Name oder Abkürzung? Das können Sie auch mit der Abkürzung machen. Gut. Hab ich. Gut. Dann haben wir als nächstes Industrie. Aha. Also die Branche, in der Sie arbeiten. Da können Sie ganz unten Sonstiges anklicken. Ach, gibt es da keinen Baustellen? Weil wir auch nicht alle Berufungen gelistet haben. Da steht Immobilie, Bau, Handel. Ist das nicht das? Und nicht, wir machen kein Handel, aber wir bauen. Ist in Ordnung. Ich weiß es nicht. Nicht, dass das falsch ist. Das, ne, ist in Ordnung. Also, mit Immobilien haben Sie auf jeden Fall zu tun, im weitesten Sinne, ne? Ja, weil da Bau bei steht. Wir bauen das ja. Wir bauen das ja. Mhm. Also kleine, ungroße Sachen. In Ordnung. In Ordnung. Dann klicken Sie darauf, bitte. Hab ich, hab ich. Dann haben Sie als nächstes jährliches Einkommen und geschätztes Nettovermögen. Das sind Statistikfragen. Meinetwegen können Sie bei beiden Fragen auch ganz unten auf das Geringste klicken. Für mich ist das nicht relevant. Aha. Für mich ist es nur wichtig, dass Sie ein Einkommen im gesetzlichen Rahmen haben, das wir auch vorhin bestätigt haben. Hab ich, hab ich. Ja, ist kein Problem. Hab ich gemacht. Ähm. Jährliches Einkommen und Nettovermögen haben Sie ebenfalls angegeben. Aha, hab ich. Und das letzte zum Beispiel. Ja, hab ich. Gut, dann haben wir als nächstes Herkunft des Vermögens. Ja. Arbeitseinkommen und geschäftliche Annahmen, würde ich mal drücken an Ihrer Stelle. Ja, von Arbeit. Genau so ist das. Aber ich, dann muss ich, darunter steht Investition, das mach ich doch jetzt dann auch oder nicht. Muss ich das da nicht anklicken? Nein, 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 die Frage ist formuliert. Herkunft des Vermögens. Wo das Herkunft, ja, ja, okay, hab ich ja noch nicht gemacht, hab ich ja noch gar nicht gemacht. Genau, genau. Und dann haben wir Herkunft der Geldmittel, ebenfalls Arbeitseinkommen. Ist das nicht das Vermögen und Geldmittel, ist das nicht das gleiche? Weiß ich das nicht. Nein, ist das nicht. Okay. Vermögen ist im weitesten Sinne, wenn Sie zum Beispiel was eingespart haben. Das Vermögen, das Sie sich vorher verdient haben und zum Beispiel haben Sie sich was eingespart und das kommt von Ihrem Arbeitseinkommen. So eine Aussage haben Sie gegeben. Und jetzt haben wir als nächstes Herkunft der Geldmittel, also Herkunft des Geldes, die Sie auf Ihr Handelskonto einzahlen werden zum Trading. Das kommt ja auch von Ihrer Arbeit. Ja, ja, klar, das ist ja auch von der Arbeit. Genau, dann klicken Sie auch einmal auf Arbeit ein. Aha. Als nächstes, wie hoch ist Ihr voraussichtlicher Investitionsbetrag? Sie werden ja mit dem Mindestbetrag einsteigen. Da Sie Kleineinsteiger sind, klicken Sie bitte ganz unten auf weniger als 50.000. Aber wenn ich nur so viel hätte, haha. Ja, hätte ich auch gerne. Ja, dann müsste man nicht arbeiten oder nicht so viel arbeiten. Dann wäre ich der Chef. Haha. Ja, natürlich. Aber wie mein Vater sagen würde, hätte, hätte Fahrradkette. Das hat der Polier immer. Das hat Polier immer. Wenn ich sage, hätten wir doch noch schon Feierabend oder wären wir doch noch schon fertig. Weil es ist immer dann, ist zu arbeiten auf Dach, wenn es scheiße heiß oder regnet. Immer dann. Immer dann. Es ist nicht lustig. Es ist nicht lustig. Doch, es ist lustig. Nee, ich glaube Ihnen, es ist nicht lustig. Es ist lustig, gerade irgendwo am Beton unter dem Wolkenkratzer zu stehen. Überhaupt nicht. Nein, ist nicht gut. Aber gut, das ist immer scheiße. Ja. Nächstens. So. Sonst würde ich auch nicht machen. Wenn Sie weniger als 50.000 angeklickt haben. Ja, habe ich gemacht. Gut. Dann haben wir als nächstes die Frage. Voraussichtliche Herkunft und Ziel der eingehenden Gelder, die auf dem Handelskonto gutgeschrieben werden sollen. Wie wollen Sie denn überweisen auf Ihr Handelskonto? Haben Sie eine Visa oder Mastercard? Nee, habe ich nicht. Hören Sie Online-Banking? Ich mache das immer mit PayPal und Internet. PayPal. PayPal haben wir auch als Möglichkeit. Hervorragend. Dann können Sie gerne hier elektronische Zahlung slash e-Wallet anklicken. Ja, PayPal nutzen Sie. Habe ich, ja. PayPal, ja. Was ist der Zweck dieses Handelskontos? Aha. Zweck des Handelskontos ist das Erste, um CFDs zu handeln. CFD kommt aus dem Englischen. Handelt for Difference. Und heißt übersetzt. Nochmal, was heißt das? Handeln mit Preisdifferenzen. Das heißt, handeln mit Preisdifferenzen. Aha. Also Sie kaufen sich physisch keinen Krypto, sondern handeln nur mit dessen Preisdifferenz. Also so wie wenn ich so bei PayPal Geld schicke. Nein. Okay, dann nicht. Also der Fachexperte wird Ihnen das nochmal erklären. Sagen Sie mal, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, dass Sie das besser verstehen. Ja, bitte. Ich möchte echt, dass Sie wissen, was Sie tun. Schauen Sie, wenn Sie zum Beispiel, Sie betrachten ja die Preise des Öls zum Beispiel, ändern sich ja immer wieder. Das steigt es mal, dann fällt es mal runter und so weiter. So bewegt sich ja auch der Markt. Das war da, wo dieses Schiff kaputt war, bei Egypt, da in dem Kanal. Das wissen Sie auch noch. Ja genau, das hat auch enorm auf den Ölpreis einen großen Einfluss gehabt. Wissen Sie das noch? Ja richtig, Benzin ist teurer geworden. Genau, deswegen ist Öl viel teurer geworden. Und aufgrund dieser Preisdifferenz, zum Beispiel, heute ist Öl, sagen wir mal, ich gebe Ihnen mal ein grobes Beispiel, jetzt nicht, dass Sie mich auslachen. Aha. Heute ist ein Liter Öl 2 Euro und in 10 Tagen ist es 10 Euro. Die Preisdifferenz ist also 8 Euro. Aha. Mit dieser Preisdifferenz können Sie potenziellen Gewinne wirtschaften. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ja, der Preis wird steigen, das stimmt überein, dann machen Sie mit dieser Preisdifferenz auch potenziellen Profit. Verstehe ich, verstehe ich, okay. Das ist so ein bisschen wie wetten. Wetten ist es nicht. Aber es gibt auf jeden Fall Signale vom Markt, ne, weil viele Dinge passieren ja auf der Welt, die Einfluss haben auf solche Sachen. Richtig, Krieg und sowas. Zum Beispiel, Dürre, Krieg, alles mögliche. Und deswegen bekommen Sie auch Signale vom Markt, dass momentan alles geschieht, damit Sie das auch zu Ihrem Gewinne ausnutzen können. Aha, verstehe ich. Die Geschehnisse können Sie dann zu Ihrem Gewinne ausnutzen. Finde ich gut, finde ich gut. Da muss man richtig schlau sein für, oder? Ja, natürlich. Also 2 und 2 kann man schon zusammenzählen mit gesunden Hausverstand. Ja, das kann ich, das kann ich. Man braucht ja keinen Hacker dafür sein. Ja, das glaube ich Ihnen auch. So, äh, Sie sind verstehen geblieben. Aha, CFD zu handeln, haben Sie angeklickt, ja? Habe ich, ja, habe ich gemacht. Dann haben wir voraussichtliches Herkunft und zielende Geldmittel. Aha. Das wäre ja Deutschland, Sie sind ja wohnhaft in Deutschland. Richtig, richtig. Dann wählen Sie sich mal Deutschland. Aber woanders geben kann man das nicht dann, wenn das, äh, wiederkommt? Also, äh, Sie können auf Ihr eigenes Bankkonto das Geld beantragen, wenn Sie sich zum Beispiel mal was auszahlen lassen möchten. Aha. Aber, ob das Konkur jetzt in einem anderen Land ist, ne, auf Ihrem Namen, das müssen Sie mit Ihrem Fachexperten besprechen. Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Okay. Die restlichen Dinge müssen Sie mit Ihnen. Kein Problem, mache ich, kein Problem. Ich kann ja reden, haha. Natürlich. Also, Deutschland, ja? Jawohl. Ähm, sind Sie vielleicht meldepflichtig in den USA? Bin ich was? Sind Sie USA-Staatsbürger, zum Teil. Ich habe gerade nicht verstanden. Staatsbürger von Amerika, vielleicht, zum Teil. Nein, bin ich nicht. Ich hasse Amerika. In Ordnung. Dann bei der USA bitte einmal auf Nein anklicken. Aha. Ich mag die Amis auch nicht besonders, ehrlich gesagt. Warum nicht? Ähm, ja, ich habe schon meine Gründe. Das habe ich mir gedacht. Meine Großeltern, meine Großeltern kommen vom Balkan. Aha. Die haben viel unter den Amis gelitten. Die haben viel kaputt gemacht da. Mhm. Aber im Irak haben die auch kaputt gemacht. Als nächstes. Ja. Weiß ich. Wir machen nur Unheil. So. Richtig. Als nächstes. In welchem Land haben Sie Ihren steuerlichen Wohnsitz? Sie befindet sich ja in Deutschland. Richtig. Daher können Sie wieder Deutschland aufwählen. Aha. Den Nächsten verstehe ich nicht. Die TEN. Geben Sie Ihre TEN-Nummer ein? Was ist das? Wie das? Ich kenne PIN-Nummer. Das ist die Steuernummer. Das ist die Steuereid. Jeder von uns hat eine Steuereid. Ja, das weißt du. Steuerverdentung. Ich kann das Wort nie aussprechen. Aber das ist was, was bei Gehaltsrechnung draufsteht. Genau so ist es. Also das können Sie sich ja nachträglich einreichen per E-Mail. Ja, den habe ich jetzt nicht da. In der Zwischenzeit geben Sie in dieses Feld. Ja, ist auch in Ordnung. Passiert öfters mal. Verstehe ich. Ich werde jetzt zum Beispiel in der Bahn anmelden und dann haben Sie das natürlich nicht dabei. Richtig. Deswegen möchte ich Sie bitten, elfmal die Nummer eins hier einzugeben. Richtig. Aha. Dann werden Sie das per E-Mail nochmal senden. Habe ich. Gut. Dann haben wir als nächstes politisch exponiert sind Sie ja nicht. Ich weiß was. Der Merkel sind ja nicht verwandt. Was ist exponiert? Politisch exponiert. Ja, was bedeutet das? Habe ich Sie ja vorhin gefragt. Das bedeutet, ob Sie irgendetwas mit der Politik zu tun haben, auch im weitesten Sinne. Dass Sie mit einem Politiker verwandt sind oder... Darf man dann da nicht mitmachen? Da hat sie einfach aufgelegt. Nein! Warum? Ist der jetzt einfach so random aufgelegt? Warum? Das wäre so episch geworden. Das fing jetzt so gut an. Nein! Wer spricht? Lindemann hier. Hä? Was ist das? Julia Lindemann hier. Sie haben mit mir bis vor zwei Minuten gesprochen. Ja. Warum haben Sie mir denn aufgelegt? Sie haben aufgelegt. Ich habe nicht aufgelegt. Nein, ich habe nicht aufgelegt. Dann hat sich einfach die Leistung unterbrochen. Ich würde nicht auflegen, wenn ich mir so viel Zeit nehme. Das weiß ich ja nicht. Ähm... Warte. Wo sind Sie denn stehen geblieben? Ähm... Wir waren beim Schreiben bei... bei den Sachen. Oh, politisch exponierte Person. Richtig. Aber ich muss sagen, ich muss das... Sie haben einen angeklickt. Richtig. Aber ich muss das wieder aufmachen. Ich dachte, okay, die will nicht mehr. Rede mit mir. Nein, 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 nein. Das ist überhaupt nicht der Fall. Sondern ich habe gedacht, dass sie mir einfach aufgelegt haben. Nein, habe ich nicht. Wirklich nicht. Naja. In Ordnung. Vielleicht haben die bei Pension hier das Telefon neu gemacht. Ich weiß es nicht. So, ich habe die Seite jetzt wieder offen. Komme ich da jetzt irgendwo hin oder muss ich das alles neu machen? Sie brauchen das jetzt nicht neu machen. Wo sind Sie denn jetzt? Was sehen Sie denn? Ich bin bei Dashboard. Dashboard, okay. Sie sehen Live-Konten. Da steht Einzahl in den Grün. Ah, ich bin wieder bei Fragebogen. Guck mal, ich habe es gefunden. Super. Super. Und politisch, personal. Sie waren ja auf... Genau. Klicken Sie nein und wieder unten rechts einmal auf nächste Seite. Auf nächste Seite, ja. So. Sie haben ja noch keine Erfahrungen im Bereich des Handelns. Bei der nächsten Frage handelt es sich darum, dass man wissen möchte, in welchem Umfang Sie bis jetzt schon gehandelt haben. Ja, gar nicht. Weil Sie das ja noch nicht gemacht haben. Wenn Sie ganz unten, ich habe noch nie investiert, anklicken. Aha. Gut, mache ich. Habe ich gemacht. Dann haben wir als nächstes Bildung. Bildung im Bereich Finanzieren hatten Sie auch nicht. Nochmal, was war? Bildung im Bereich Finanzieren. Nein, habe ich nicht. Sie auch nicht. Eine Ausbildung in dem Sinne. Nein, nein. Daher ganz unten bitte keine der oben genannten... Mach ich. Als nächstes die Frage über den Hebel. Den Hebel habe ich Ihnen ja vorhin schon mal grob erklärt. Also Sie verstehen, mit 1 zu 30 kann man Ihre Kaufkraft um 30 Mal virtuell vergrößern. Aha. Bis 1000 Euro bewegen Sie dann 30.000 Einheiten auf dem Online-Markt. Gut. Also um 30 Mal wird das Ganze vergrößert. Ja, richtig. Da können Sie mit dieser Frage die erste Antwort anklicken. Aha. Habe ich gemacht. Als nächstes sehen Sie die Frage, was bedeutet außerbörslicher Handel? Außerbörslicher Handel oder Direkthandel heißt, dass der Handel direkt zwischen Ihnen und dem Brokerhaus stattfindet. Also es nutzt keinen dritten, keine dritte Person. Keiner kann sich in diesen Handel einmischen. Also erste, ja. Daher können Sie hier gerne... Genau. Direkt zwischen zwei Parteien privat verhandelt. Aber ist das auch privat? Weil das ist ja Firma und privat. Also so. Oder ist das egal? Ja, natürlich. Aber das wird privat zwischen Ihnen und dem Brokerhaus verhandelt. Also es geht nicht an eine dritte Person. Deswegen. Verstehe ich. Dann haben wir als nächstes. Aha. Die Frage, Sie haben ein Geschäft eröffnet und der Markt bewegt sich gegen Sie. Also wir nehmen mal das Beispiel. Sie kaufen heute Aktien. Aha. Verstehe ich. Und wenn der Wert dieser Aktien steigt, dann steigt ja auch Ihr Kontostand, Ihr potenzieller Profil. Richtig. Dann ist das mehr wert. Der Wert der Aktien steigt. Wenn ich jetzt heute Öl kaufe und morgen der Kanal wieder kaputt ist, dann ist mein Öl mehr wert als gestern. Genau so ist es. Richtig. Aber wenn es dazu kommt, dass der Wert dieser Aktien sinkt, was passiert dann? Ja, dann ist mein Öl nicht mehr so viel wert, wenn der offen bleibt. Genau so ist es. Richtig. Dann ist der Kontostand ebenfalls gesunken. Habe ich verstanden. Genau. Das können Sie anklicken. Also der Kontostand ist gesunken. Gut. Also dann ist das Geld weg, so kann man das sagen. Oder weniger, weniger weg. Also nicht weniger weg. Genau. Ja, verstehe ich. Okay, also als nächstes hätten wir die Frage, wenn Sie einen Stop-Loss anwenden, was wird dann wahrscheinlich eher passieren? Ich weiß nicht, was das ist. Der Stop-Loss ist ein Befehl, das werde ich Ihnen ja erklären. Ach so. Ich habe das auch vermutet. Der Stop-Loss ist ein Befehl, den Sie setzen können, um Ihre Verluste zu verhindern. Aha. Das heißt, wenn Sie sich eine Handelsposition öffnen, können Sie eine Grenze setzen und sollte es dazu kommen, dass sich der Markt umdreht und sich gegen Sie bewegt, dann wird sich Ihre Handelsposition genau da schließen, wo Sie den Stop-Loss gesetzt haben. Stop-Loss auf Englisch heißt auf Deutsch Stop-Verlust. Dann schließt er dich. Also wenn ich bei Spiegel sitze, 20 Euro reinschmeiße und wenn ich dann sage, ich habe 5 Euro verloren, ich höre auf. Ist das sowas? Also, nee, Sie können das nicht mit Glücksspiel, nee, mit Glücksspiel können Sie das nicht vergleichen, auf keinen Fall. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, dass Sie das besser verstehen. Sie öffnen sich zum Beispiel eine Handelsposition mit 10 Euro, ja? Verstehe ich. Und Sie sagen, 10% ist der Stop-Loss. 10% von 10 Euro ist ja 1 Euro. Richtig. Sollte sich der Markt umdrehen, können Sie nur einen Euro verlieren. Die restlichen 9 Euro haben Sie sicher. Diese können Sie nicht verlieren. Also nur 10% können Sie verlieren. Also ich, wie so, wenn wir nicht auf dem Dach sind, wir haben so eine Sicherheitsleine, dass wir nicht runterfallen. Ja. So kann man das sagen, oder? Genau. Also das stoppt Ihre Verluste, dass Sie keine Verluste erleiden. Das ist gut. Genau so ist es. Können Sie das erste anklicken? Wie ist das eigentlich, wenn ich da jetzt Geld verdiene, muss ich da Steuern für bezahlen? Oder ist das schwarz? Schwarz ist es nicht. Also es gibt eine Regulation für das Trading in ganz Europa, die nennt sich FISEC. Durch die FISEC-Gehörde. Wie nennt sich das? Diese ermöglicht Ihnen... ISEC. I-S-E-C. Kenn ich nicht, aber egal. Y-S-E-T. Ist egal. Auf jeden Fall. Das ermöglicht Ihnen, dass alle potenziellen Gewinne, die Sie machen, im Bereich bis zu 10.000 Euro, diese werden nicht versteuert. Alles, was über 10.000 Euro ist, wird dann versteuert. Und deswegen müssen Sie auch die Steuernummer nochmal einbereiten. Verstehe ich. Aber das 10.000 muss man auch erstmal schaffen, das ist ja nicht wenig. Wenig ist es nicht. Richtig. Sag ich. Aber ist auch machbar durch eine Zeit. Ja, richtig. Von heute auf morgen, aber durch eine Zeit ist es schon machbar. Aha. Und wenn Sie das erste angeklickt haben bei der Stop-Loss-Frage, also die erste Antwort, es schließt sich genau da, wo Sie den Stop-Loss gelegt haben. Aha. Ja, da hört das dann auf, wenn ich sage, bis dahin will ich gehen, dann hört das da auf. Genau so ist es. Richtig. Finde ich gut. Genau so ist es. Da kann man ja nicht falsch machen, oder? Genau. Also im Großen und Ganzen würde ich das immer nutzen. Finde ich gut. Finde ich gut. Nicht reden dürfte, würde ich das immer nutzen. Sie dürfen das nicht machen. Als nächstes, aus gesetzlichen Gründen, darf ich das nicht machen. Aber mein Vater macht das schon, er darf das. Ah, habe ich verstanden, habe ich verstanden. Gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. Ich mache ja diesen Job. Ja, richtig, richtig. Deswegen. Das ist auch so, weißt du, mein Vater darf auch nicht in den Fachhandelmarkt, aber ich nehme den immer mit, sage, wir sind von der gleichen Firma, dann darf der da auch kaufen. Weil da dürfen nur Gewerbe reingehen zum Einkaufen. Clever. Clever. Man muss die Tricks kennen von der Straße. So. Natürlich. Richtig. So. Sehen Sie jetzt die nächste Frage darunter. Welche der folgenden Aussagen bezüglich des CFD-Handels ist richtig? Aha. Sehen Sie das? Ja, richtig. Erstens. Sehen Sie folgende Antwort. Sie besitzen nie die zugrunde liegenden Vermögenswert. Das ist auch korrekt. Das ist das richtige Antwort. Weil Sie kaufen sich ja für sich kein Krypto oder einfach Öl. Richtig. Handeln ja nur mit Preisdifferenz. Mhm. Deswegen. Aha. Habe ich verstanden. Als nächstes hätten wir dann die Frage, wie würden Sie sich fühlen, sollten Sie potenziellen Verluste erleiden? Es ist wichtig, dass Sie sich darüber im Klaren sind, dass Ihnen keiner etwas garantieren kann. Also es besteht schon ein gewisses Risiko. Es gibt kein risikofreies Handeln. Aha. Habe ich verstanden. Sie können den Stop-Loss anwenden, um sich abzusichern. Aha. Aber man kann Ihnen kein risikofreies Handeln versprechen. Deswegen wäre es gut, wenn Sie hier die erste anklicken, damit bestätigen, für sich darüber im Klaren sind. Wir haben ja das von zwei Fragen früher. Das kann ja eigentlich nicht passieren. Oder ist das nicht richtig? Stop-Loss können Sie sich absichern, dass Sie immer Verluste verringern. Genau. Richtig. Aber man kann Ihnen nicht eine Garantie geben. Ja, richtig. Weil das ist ja die Börse. Und der Markt bewegt sich ja hoch und runter. Aha. Deswegen. Es ist an Ihnen, dass Sie immer den Stop-Loss anwenden, um sich abzusichern. Aha. Gut. Dann nehme ich den ersten, ja? Genau. Richtig, mache ich. Na gut, ärgern würde ich mich schon. Aber wenn das die richtige Frage ist, dann nehme ich das Richtige. Wissen Sie, keiner freut sich ja darüber, wenn er was weniger hat. Richtig, richtig. Aber wie schon gesagt, Sie müssen wissen, dass das nicht etwas ist, wo ich Ihnen jetzt garantieren kann, dass Sie über Nacht 2.000 Euro potenziellen Gewinn machen. Ich kann Ihnen das nicht garantieren. Nein, nein, das habe ich verstanden. Das hängt von dem Markt ab. Das hat ja keiner Geld zu schenken. Aha. Das handelt sich ja nicht darum, dass Ihnen jemand Geld schenkt oder nicht. Richtig. Es hängt einfach viel von dem Markt ab und von Ihnen, dass Sie den Stop-Loss setzen. Richtig. Das ist alles. Und wie ich das mache, das sagt mir dann der Mann noch, oder richtig? Genau. Der Fachexperte wird Ihnen alles erklären. Finde ich gut. Er wird Ihnen zeigen, wie man das einstellt, diesen Stop-Loss. Kann ich den auch anrufen, wenn ich was fragen will? Derzeit auch setzen können auf eine andere. Der steht Ihnen auf jeden Fall zur Verfügung. Der wird Sie dann anrufen und dann werden Sie mit ihm weiter in Kontakt bleiben. Ob per Telefon oder per E-Mail, wie auch immer, das werden Sie mit ihm klären. Finde ich gut, finde ich gut. Die letzte Frage wäre, was ist der Haupthandelszweck? Warum möchten Sie denn gerne handeln? Da Sie ja noch keine Erfahrung haben in diesem Bereich, würde ich Ihnen mal vorschlagen, zum Beispiel auf Spekulationen zu klicken, dass Sie das Ganze zuerst mal ausprobieren werden mit dem Demokonto. Mit dem Demokonto können Sie ja nichts verlieren. Damit können Sie sich einfach nur mal zuerst mit dem System anfreunden, lernen, wie das Ganze aussieht, damit Sie das richtig einstellen können jedes Mal. Und dann können Sie losdrehen mit Ihrem Geld, wenn Sie damit zufrieden sind. Finde ich gut, finde ich gut. Aber kann ich dann auch kein Geld bekommen, oder? Weil ich wollte ja mehr Geld haben. Mit dem Demokonto können Sie, schauen Sie, das Demokonto ist ja da, damit Sie lernen, wie Sie das System nutzen. Wenn Sie das mit Ihrem Fachexperten gelernt haben, dann können Sie das mit Ihrem Geld auch machen. Und dann, wenn Sie das mit Ihrem Geld machen, dann machen Sie auch potenziellen Profit. Und da hilft mir dann der, wie heißt das, der Berater? Der Fachexperte. Richtig. Genau, der Fachexperte. Der hilft Ihnen dabei. Zuerst zeigt er Ihnen alles, wie das Ganze aussieht, dass Sie alles richtig einstellen können. Aha. Und dann, wenn Sie das drauf haben, können Sie das mit Ihrem Geld machen und dann können Sie auch potenziellen Gewinne wirtschaften. Ich nur mal kurz zwischendurch, ist schon halb zehn. Wann haben Sie Feierabend? Ich hatte Feierabend schon vor einer halben Stunde. Wirklich? Aber ich habe mir die Zeit für Sie genommen. Ja. Oh, das ist super lieb. Vielen Dank. Es ist auch kein Problem. Ja, es ist kein Problem? Nein, es ist überhaupt kein Problem. Gut, gut. Dann will ich keine Probleme machen für andere Menschen. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Nee, nee. Gut, gut. Ich bin im Homeoffice. Gut, gut. Aber es ist alles für Norden. Das ist gut. Weil sonst jetzt hätte ich gesagt, eine junge Frau abends noch mit Zug fahren ist nicht gut. Auf keinen Fall. Das mache ich auch nicht. Super, super. Weil es ist echt gefährlich. Auf jeden Fall. Man muss aufpassen heutzutage. Das ist richtig. Ich bin den ganzen Zugläubigen. Wenn Sie bei der letzten Frage, dann Spekulation. Habe ich geschrieben, äh, genommen. Nicht geschrieben, genommen. Kann ich ja nicht schreiben da. Okay. Spekulation. Aha. Dann möchte ich Sie bitten, einmal den Fragebogen abzuschicken. Das sehen Sie unten. Rechts. Rechts, ja. Und unten dafür. Zum Abschicken. Aha. Genau. Dann sehen Sie als nächstes die Seite Neue Einzahlung. Aha. Sehen Sie eine Zahlung an. Richtig. Drunter steht eine achtstellige Nummer. Diese Nummer, die Sie hier sehen, ist Ihre Kontonummer auf Ihren Namen ausgestellt. Aha. Auf diese Kontonummer werden Sie dann gleich per Paypal überweisen. Und dann haben Sie das auf Ihrem Konto stehen. Eben Ihre Kontonummer steht in Klammern EUR. Also, die Abschiffung für Euro, für die Währung. Genau. Genau. Und daneben steht MT4. So nennt sich das Programm, das man für Trading nutzt. Aha. Daneben sehen Sie Einzahlungsbetrag. Die 1000 löschen Sie einfach. Einmal selektieren, löschen. Aha. Und dann geben Sie Ihren Betrag ein. Wollten Sie mit 250 starten? Ja, ich weiß das nicht. Ich verlasse mich auf meine Expertin. Also auf Sie. Okay, also. Ich bin jetzt nicht Ihr Experte, ich bin Ihre Unterstützung. Ich will schon Kohle machen. Sie wissen jetzt mit dem aktuellen Angebot. Ja, natürlich. Jeder möchte potenziellen Gewinne wirtschaften. Das ist ja völlig normal. Ich will nicht spielen. Ja, Sie werden ja auch nicht spielen. Gut. Das ist ja auch kein Spiel. Ich habe Ihnen ja auch gesagt, das ist jetzt vollkommen ernst. Richtig. Geben Sie bitte 250 ohne Punkt, ohne Komma ein. Gibt es Leute, die bei 250 in einen Komma reinschauen? Bitte kein Komma, ein Punkt. Ja, habe ich verstanden. Einfach nur 250. Ich habe gefragt, ob das Leute gibt, die bei 250 ein Komma reinschreiben. Wie dumm kann man sein? Ja, manche denken, man schreibt dann Komma 0,0. Ach so. Aber okay. Nee, würde ich nicht machen. Deswegen, ja. Und dann auf Abschicken? Auf jeden Fall. Einmal auf Absenden, genau. Und dann sehen Sie verfügbare Optionen in Doppelpunkt, so fett schwarz geschrieben, darunter stehen. Richtig. Und als erstes steht WorldPay in Blauschrift mit einer kleinen blauen Linie drunter. Aha. Wenn Sie davon, von WorldPay ganz rechts gucken, ganz rechts davon steht PayPal. Sehen Sie das? Nee, da steht immer ShantPay daneben. MerchantPay steht direkt neben WorldPay. Ja, richtig. Aber auf der anderen Seite von WorldPay, ganz rechts. Ach da, ja. Entschuldigung, habe ich falsch verstanden. In Ordnung. Wenn Sie dann da auf PayPal draufdrücken, dann sehen Sie drunter, mein PayPal ist schon zu erinnern, das brauchen Sie nicht anzuklicken, und darunter sehen Sie den selben Button von PayPal. PayPal, ja richtig. Wenn Sie draufdrücken, dann kommt die Anmeldeseite von Ihrem PayPal. Und jetzt melden Sie sich ganz normal an, wie immer. Mach ich. Und dann kann ich loslegen, ja? Also hinterher, wenn ich dann, wenn das drüben ist bei der Firma. Wenn Sie eingezahlt haben, wenn Sie eingezahlt haben auf Ihr Handelskonto, dann buchen wir Ihren Fachexperten zuerst. Und mit ihm werden Sie dann alles weiter machen. Ist klar, gut, mach ich. So, ich hab jetzt auf Weiter gedrückt. In Ordnung. Aha. Ich muss nur mal gucken, wo ich mein Handy hingelegt hab, wegen Bestätigung. Ich muss mal gucken, wo ich den hingelegt hab. Okay. Sie sprechen doch mit dem Handy gerade, oder? Nee, das ist Festnetz. Ah, das ist Festnetz. Okay, ich hab nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich hab kein Problem, wir kriegen das bestimmt noch hin. Ich muss nur gucken, wo ich mein Kabel, weil ich wollte den laden. Ich muss gucken, bei einer Steckdose bestimmen. Hallo. Okay. Hier ist Anonymous. Legen Sie auf. Abu Hamzand, es sind Betrüger, mit denen Sie sprechen. Wer war das, Mann? Hier ist Anonymous. Wir haben die Leitung dieses Unternehmens geäckt. Es handelt sich um Betrüger. Legen Sie auf. Halt doch, was ist das für ein Scheiß, Mann? Willst du mich verarschen? Wie? Ich verstehe sie gerade. Hallo? Hier ist Anonymous. Wir sind viele. Das, was Sie jetzt aufgezeichnet haben. Wir sind Legion. Erwartet uns. Das, was Sie jetzt aufgezeichnet haben. Wie redest du mit mir? Was ist denn jetzt los? Ich würde Sie anzeigen. Wollt ihr mich verarschen, oder was? Nein, das ist eine Falle. Legen Sie auf. Wer ist das, Mann? Ist das dein Kollege, oder was? Ich kann mich gerne nicht anzeigen. Ich würde es dir anzeigen. Das hat sich von mir nicht verarschen lassen. Das hat sich von mir nicht verarschen lassen. Das hat sich von mir nicht verarschen. Danke sehr. Danke. Danke. Vielen Dank.